Herzlich Willkommen auf Sleven Streamed Sport bei einem ganz kurzen Trailer von mir, denn wir planen gerade auf unserem Discord Server einen neuen Multiplayer mit Madden24. Wenn du mitspielen möchtest, dann komm auf meinen Discord Server und schreib mich an oder melde dich einfach im entsprechenden Beitrag. Den Link zu meinem Discord findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Aktuell ist noch nichts Festes geplant, die Teams sind noch nicht vergeben, die exakten Regeln noch nicht festgelegt, du kannst also dieses neue große Projekt von mir gerne mit deinen Ideen mitgestalten. Wir hoffen einige Spieler zusammen zu bekommen, aktuell gibt es ja schon einen Multiplayer im Football Manager und im Cycling Manager auf meinem Discord und wir haben auch dort jeweils eine echt coole Community aufgebaut. Das gleiche soll jetzt eben auch mit Madden24 geschehen. Ich hoffe wir sehen uns auf meinem Discord, bis dann auf Sleven Streamsport. Das gleiche soll, bis dann auf Sleven Streamsport. 324 catches, 4,825 yards, and counting. 26.5 sacks, 20 carats, all the sauce, baby. In this game, numbers are everything, so call yours, Madden24.